Weihnachten Früher vs. Heute Früher an Mehlnachten sprach der Vater zu seinem Sohn Justus Du warst das ganze Jahr lang anständig und du hast deiner Mutter keinen Ärger bereitet Das Christkind ist dir wohlgesonnen und möchte ein tadelloses Verhalten belohnen Heureka Oh, ein nachhaltiges Geschenk und auch noch so groß Dann werde ich es mal auspacken Oh, welch Freude Ein Stein, er ist so liebvoll und handeweit gefertigt und so prächtig verpackt Danke, Christkind Danke, Mutti Danke, Vati Heute an Mehlnachten sprach die Mutter zu ihrem Sohn Justin, Bagate vom Mehlnachtsmann Lohal, Mehlnachtsmann ist gar nicht real, am Mundegrün Habt ihr safe gekauft Oh, ne Ist da drin? Ein fucking Stein? Ein Stein? André, ich wollte mir nichts mehr, kein Stein Das hatten die aber nicht bei Kik Schau mich an Ich bin als Mutter und ich bin zwölf Jahre alt, der wie du Mama, du bist voller Spocki Nein, du bist voller Spocki Nee, du bist voller Spocki Und die Moral von der Geschichte her Mehlnachtsmann ist manchmal sehr Ja, Leute Was geht? Was geht? Ja, Leute Mein neues iPhone XS Ultra Mit Ultra Zoom Lohal Bye